Es ist Zeit, den Vorhang zu öffnen. Ja. Okay, erster Battle. Bereit? Auf die Plätze. Drei, zwei, eins. Let it rip! Ha, dir ist klar, dass ich der Champion bin? Ha, dir ist klar, dass ich der Champion bin. Und hier! Ich krieg dich, Quadra! Hä? Das ist ein Ring-Out-Finish. Ranzo hat sich einen Punkt geschnappt. Was ist das für ein Gefühl, gegen den Champion anzutreten? Hart, oder? Ja, ja, das war nur die Aufwärmrunde. Klar, Kumpel. Rede dir ein, was du willst. Ha, ha. Ha, ha. Ah, keine Gnade! Ich falle nicht noch mal darauf rein. Entfeste die Elemente, Lightning Crash! Pandora! Ist Bellefeuer von allein rausgesprungen? Belle, jetzt reiß dich zusammen. Ähm, äh... Du bist die ganze Zeit mit dem Kopf woanders. Was ist los? Oh, ich verstehe. Du hast an Quadra gedacht. Bin ich etwa nicht gut genug für dich? Ich kann nichts dafür. Immer und immer wieder sehe ich dieses Gesicht vor mir. Mir ist schon klar, dass du frustriert bist, weil du verloren hast, aber... Vergiss, Quadra. Du trittst jetzt gegen mich an. Verstanden? Nimm das ernst, Mann. Was? Dich ernst nehmen? Das ist unmöglich. Was soll das wieder heißen? Wie wär's, wenn du versuchst, mir das direkt ins Gesicht zu sagen? Das hab ich gerade. Soll ich es nochmal sagen? Jungs, bitte hört auf zu streiten. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ranzo ist weg. Oh. Belle, ich glaube, du bist zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen? Ranzo ist doch gerade davon gedüst. Hm.